Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Mustang GT. Ich möchte euch heute mein, wie soll ich sagen, neues Projekt vorstellen. Ihr seht schon, ich bin heute nochmal auf mein altes Handy zurück. Oder habe heute nochmal auf mein altes Handy zurückgegriffen. Ich habe viel rumprobiert und sonst irgendwelche Sachen, um zu gucken, was ich für ein Aufnahmeprogramm nehmen kann, damit ihr mal mein Homescreen von meinem Handy sehen könnt. Ihr wisst ja, ich habe jetzt das iPhone 6 Plus. Nur darauf gehen die zwei Programme, die ich, wie soll ich sagen, ausprobiert habe, nicht. Deswegen habe ich einmal ein Programm auf meinem Tablet und einmal jetzt ein Programm auf meinem alten Handy. Ich bin froh, dass mein altes Handy immer noch so funktioniert, dass ich da so Videos halt noch machen kann. Gut, da wollte ich euch nur kurz gesagt haben, das wollte ich euch nur kurz gesagt haben. Genau, jetzt zu meinem neuen Projekt. Dafür müssen wir jetzt einmal kurz in eine andere App gehen, um das dann zu suchen. Also, ich installiere das mal. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, aber das sollte uns nicht davon abhängen, dass ich euch mein neues Projekt sagen werde. Also, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, am Thumbnail hier bei dem Spiel handelt es sich um Farming Simulator 2018. Das habe ich auch auf meinem Tablet. Es kann sein, dass ich ein bisschen auf meinem Handy spiele und davon Videos komme. Es kann aber auch sein, dass ich von Anfang an dann direkt auf meinem Tablet spielen werde. Dazu kann ich euch halt, wie gesagt, noch nicht so viel sagen, denn ich habe das, ja, wie soll ich sagen, das Projekt Farming Simulator 2018 angesetzt auf den 5. Dezember. Und ich möchte, dass ich damit dann anfange mit dem Projekt und ich möchte, dass wir, also ich und ihr als Community mit mir gemeinsam das Spiel halt spielen werden. Oder wir das gemeinsam spielen werden und ihr halt auch, ähm, mitentscheiden könnt, wie, ähm, ja, wie das Spiel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, funktionieren soll, ähm, wie ich spielen soll. Welche Traktoren und, 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 welche Zugmaschinen und was auch immer, welche, ähm, wie heißen die, Mähdrescher oder sonst was ich nehmen soll. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier einige, ähm, in meiner Community dabei sind, die das vielleicht nicht so interessiert, aber auch die bitte ich, ähm, sich diese Videos dann halt anzugucken. Ähm, ähm, im Moment sind es, ähm, zehn Folgen erstmal geplant, um überhaupt zu gucken, wie es bei, äh, euch ankommt und, ähm, ob ihr da, äh, auch, äh, Spaß dran habt, das, ähm, euch anzugucken. Genau, genau. Das Ganze gibt's aber auch noch, äh, eigentlich in der, äh, müssen wir gerade mal hier gucken. Genau. Das Ganze gibt's auch noch, ähm, als Funding Simulator 2016. Nun, da hab ich mir gedacht, das nehm ich lieber nicht, weil, ähm, es da mehr ruckelt und unhakt, trotz des guten Handys, ähm, als es bei dem Farming Simulator 2018. Deswegen will ich euch den Farming Simulator 2018 gerne zeigen. Genau, äh, wie gesagt, das, äh, würde dann mein erstes Projekt werden, was ich überhaupt auf YouTube, äh, dann als, sagen wir, Let's Play, ähm, erstmal machen werde. Also, wie ich schon gerade eben gesagt hab, zehn Folgen will ich auf jeden Fall erstmal machen. Oder, genau, ähm, das ist jetzt halt gerade noch am Runterladen. Ich muss schauen, ob ich jetzt gleich noch direkt ne Folge hinten dran hänge, beziehungsweise, ähm, euch schon mal so gewisse Einblicke zeige. Ähm, nur ich muss halt vorher prüfen, ob das mit dem Aufnahmeprogramm so läuft, wie ich mir das jetzt im Moment vorstelle. Ähm, genau. Und, äh, sonst, ähm, würde ich halt das Projekt dann, wenn's auf dem Handy nicht ganz so gut läuft, dann auf meinem Tablet machen. Ähm, dort, ähm, hab ich halt schon ein bisschen vorgespielt, sagen wir's mal so. Ich hatte vorher, ähm, Traktoren und, äh, und, und Mähdrescher und so. Also, hab dann halt Weizen und das alles gedrescht und nun weggefahren und Geld und so dafür gekriegt. Jetzt bin ich halt im Moment beim Tablet soweit, dass ich, ähm, mich da eher auf die Forstwirtschaft, ähm, konzentrieren werde. Das heißt, ähm, es gibt zwei Bereiche. Also einmal das normale Farming halt, also das normale, ähm, einbringen der Ernte und so. Und dann gibt's halt noch den Bereich, ähm, Forstwirtschaft, das heißt, ähm, dass man mit Harvestler und, 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 äh, Kettensäge und so dann, ähm, ja, die, die Bäume halt wegmacht und so. Und dafür dann auch Geld kriegt. Und, also, wie gesagt, ähm, dieses Spiel wird, ähm, jetzt erstmal mein Hauptspiel wahrscheinlich werden. So wie ich's halt gerade eben schon erzählt hatte. Ich will's jetzt nicht nochmal alles sagen. Und, äh, ja, wie gesagt, also ich möchte gerne das mit euch zusammen aufbauen. Geplant sind jetzt erstmal zehn Folgen. Wenn ihr schon beim ersten Video sagt, oh, ich will davon mehr sehen, mehr sehen, mehr sehen, wie auch immer. Ja, dann können wir das auf jeden Fall machen. Nur, ähm, möchte ich jetzt erstmal die zehn Folgen dann, oder die zehn Let's Play-Reihe, äh, die zehn Let's Play-Folgen, nenne ich es jetzt mal so, auf jeden Fall erstmal machen. Ähm, um halt, wie gesagt, zu gucken, ob das bei euch ganz gut ankommt, ähm, ihr könnt mir auch, äh, unter dem Video dann in die Kommentare schreiben, wie ihr es so fandet, äh, was ich verbessern könnte, oder, äh, wo ich dran arbeiten könnte, vom Fahren her, oder, oder, oder. Ja, ähm, genau, ähm, genau, also wie gesagt, das hier wird mein erstes Projekt bei, äh, YouTube, ähm, bin schon am überlegen, ob ich, wenn dieses Projekt gut ankommt, ähm, noch weitere Projekte mache. Ähm, da seid ihr aber auch wieder gefragt, ob ihr dann so, ähm, Projekte überhaupt dann sehen wollt. Ähm, nur ich will's halt einfach mal ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, hm, eigentlich ist der Farming Simulator eigentlich eine gute Sache. Es gibt's ja im Moment für die Xbox One, ähm, S und Xbox One X und PS4 und PS4 Pro und wie sie alle heißen, äh, im Moment den Landwirtschaftssimulator 2017. Ähm, das, was ich spiele, ist eine Handy-Version, beziehungsweise eine Tablet-Version, die gibt's im Teil-Tablet und, ähm, ja. Ich möchte das euch einfach gerne mal zeigen und, ähm, ich, ich hab ja gesagt, ich möchte halt professioneller, äh, langsam anfangen zu arbeiten und möchte euch halt auch die Schritte dann vernünftig erklären, beziehungsweise euch zeigen, was ich für Projekte geplant habe und was nicht. So, jetzt sind wir so weit, dass FS, äh, 18, also das ist die Abkürzung für Farming Simulator 2018, ähm, bereit ist dann, äh, zu installieren. So, und das werde ich jetzt mal machen, ihr seht das jetzt alles erstmal, äh, live, oder was heißt live, aber ihr seht's jetzt erstmal, aber irgendwie, hallo. Äh, ich muss grad nochmal neu installieren, ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Ähm, gut. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, dass ich das irgendwie, achso, hm, okay, nee, ich weiß, was das Problem ist. Gut, ich mach erstmal das hier und dann, ähm, also ihr merkt, meine Videos sind eigentlich nie geplant und, ähm, genau. Ab hinterher Stelle würde ich jetzt sagen, mach ich auch erstmal mit dem Video hier Schluss, weil ihr müsst meine E-Mail-Adresse und sowas nicht wissen. Ähm, genau. Also ich werde euch das Projekt dann, wie gesagt, am 5. Dezember dann auf jeden Fall das erste Mal zeigen. Ähm, und, äh, genau. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare unten schreiben. Äh, ich bin auf jeden Fall bereit, ähm, das euch dann nochmal zu erklären, beziehungsweise, wie auch immer. Gut. Äh, genau. Ich geh jetzt erstmal hier wieder raus. Dass es jetzt irgendwie auch nicht geht. Doch jetzt. Gut. Also das soll es jetzt erstmal gewesen sein von diesem Video. Und, äh, genau. Wir sehen uns dann in zwei Tagen. Wenn mein Projekt anfängt. Beziehungsweise, ich muss da ja auch erstmal gucken, ob das überhaupt so alles läuft. Wie ich mir das vorstelle, mit der Tonqualität, etc., etc. Äh, genau. Gut. Dazu erstmal das. Äh, wie gesagt, immer weiter liken, liken, liken. Und, wenn ihr Leute habt, die meinen Kanal noch nicht kennen, und ihr vielleicht Freunde habt, die sagen, oh, ich möchte irgendwie mal noch einen kleineren YouTuber. Äh, sehen, wie auch immer. Dann sagt ihnen gerne Bescheid. Abonniert mich. Und, wie gesagt, immer weiter liken, liken. Und bei Fragen, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Ich werde mir die auf jeden Fall angucken. Falls da Fragen zu dem Projekt, zu diesem Video oder zu irgendwas sonst sind. Gut. Das war's. Euer Mustang GT. Ich bin raus. Ciao.